Schritt 1 Schneide den Speck in feine Streifen und brate ihn mit etwas Olivenöl bei geringer Hitze an. Wie du spürst, tritt den Zettel um. Das ist die falsche Seite. Hä? Woher kommt die Stimme? Ich komme aus der Nähe. Darum geht es jetzt nicht. Lies weiter. Schritt 2 Füge nun Sahne, Pfeffer und Salz hinzu. Die andere Seite Ich möchte ein Spiel spielen. Du befindest dich in einem... Mehr Dramatik bitte. Ich möchte ein Spiel spielen. Ach, vergiss es. Lass den Zettel einfach. Ich mach das. Ich möchte ein Spiel spielen. Du befindest dich in einem leeren Raum und hast genau 24 Stunden Zeit, um hier raus zu kommen. Deinen einzigen Hilfsmittel hierfür siehst du vor dir. Die Zeit läuft ab. Jetzt. Alter! Mit den drei Gegenständen. Ich bin doch nicht mal zu Schofield. Wir müssen dich eigentlich nicht verraschen. Ich wusste nicht mal, dass sowas überhaupt noch produziert wäre. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.